Andi Borg, Ehefrau Birgit, jetzt packt er über die Ehe aus. Nanu, Andi Borg spricht über seine Ehe mit Frau Birgit und lässt dabei eine Bombe platzen. Seit 1992 sind Andi Borg und Birgit ein Herz und eine Seele. Doch dass es so gekommen ist, war eine echte Überraschung, wie die Schlager-Ikone nun in einem Interview verrät. Andi Borg, überraschendes Ehegeständnis Als Andi Borg seine heutige Frau kennenlernte, war sie ein großer Fan des Schlagersängers. Doch trotzdem fanden sie zusammen. Sieben Jahre später gaben sie sich das Ja-Wort. Heute hat der Adios Amor-Interpret überraschende Gedanken zu dieser ungewöhnlichen Liebesgeschichte. Das ist ein großer Zufall. Weil es gibt ziemlich viele Menschen, habe ich in den letzten 40 Jahren festgestellt, und dass dann da die Richtige dabei ist und man sie erkennt, ist natürlich großes Glück, sagt Andi Borg gegenüber Bunte im Interview. Denn wie der 62-Jährige meint, war weder er noch seine heutige Frau Birgit auf der Suche nach der großen Liebe. Doch sie haben sich und die großen Emotionen trotzdem gefunden. Für die Schlager-Legende ein echter Hammer, wie er im Interview verrät. Doch was ist das Liebesgeheimnis von Andi Borg und Ehefrau Birgit nach über 20 Jahren Ehe? Amüsiert erzählt der Schlager-Star im Interview mit Bunte. Sie hat mich im Griff. Ohne dass ich es merke. Eine überraschende Beichte des Sängers, doch vielleicht der Schlüssel zu ihrem Glück. Sie hat mich im Griff. und Teenie Sie hat mich im split.